Hä? 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 Was ist eine coole Brüderkauf? Für die Leute, die die Bäder kaufen. Das ist für mich sehr wichtig, dass Kunst cool rüberkommt. Die anderen können sagen, wir müssen uns auch wissen, dass das so ist. Kunst cool rüberkommt Kunst. Musik 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 Ja, wir haben uns! Huh, 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 wenn sie gefällt, wie gut, brumm, hab ich gut, oh, wah, wah. Dann stehen meine Beine nicht mehr still, nur weil es das wunderschön Roller trinkt. Und damit kein anderer Mühle tanzen kann, zau ich alle, wenn da noch wie ein Tiger. Huh, 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 ja wie ein Tiger. Huh, 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 wenn sie gefällt, wie gut, brumm, hab ich gut, oh, wah, wah. Huh, 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 huh. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Herzlich willkommen beim Hafengebệtstag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Küssen kann man nicht alleine Große Liebe Verliebtheit Ich bin glücklich Du bist das Beste, was mir passiert ist. Dankeschön Ich möchte gerne küssen Ich, dir, lieb Ich, dir, ich, dich, dir Mein Herz Ich, dir, lieb Ich, dir, lieb Daxel Schulz Daxel Schulz erblickte das Licht der Welt nach einer größeren Aufräumaktion in der Galerie der Villa. Von dort ist er mit mir ins Atelier Freistil umgezogen, wo er seitdem sein Unwesen treibt, was auch immer das ist. Daxel ist ein Bastard. Eine Mischung aus Dax und Dackel, Dachshund, hätte er eine Lebensgeschichte, So wäre sie voll von Ausgrenzung, Unverständnis und all den anderen Attributen, die ihn als Underdog uns allen so liebenswert erscheinen ließen. Leider ist das nicht der Fall. Er ist einfach Daxel und als solcher ein Opfer der Umstände, Victim of Circumstance. Was er so tut, weiß keiner. Er ist wahrscheinlich nachtaktiv, aber da dann keiner da ist, ihn zu beobachten, bleibt seine wahre Natur ein Rätsel. Manche Dinge will man auch gar nicht wissen. Die Nummer 9, André Schülle von Deutschland. Er spielt aber nicht mehr, hat er bei Deutschland aufgehört. Ich werde Deutschlands 2022 Weltmeister. Hier müssen Sie sich auch mal für die Technik, Maltechnik interessieren. Bei diesem Bild ist es so, dass ich während des Malens quasi beim Malprozess selbst feucht und nass während des Malens gemischt habe. Allerdings nicht in allen Bereichen, sonst wäre es ja auch nicht zu diesem Titel Sehnsuchtsort gekommen. Ich hatte kurz überlegt, ob es vielleicht Sehnsuchtsort heißen sollte, aber es war dann doch ja nur eine Trennung vorhanden. Und ob es nun ein reich des Menschen in der Natur gibt oder nicht, entscheidet sich ja nicht am Singular oder Plural. Viel Spaß beim Betrachten oder Erwerben. Viel Spaß beim Betrachten oder Erwerben. Ghostbusters! 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 Ich hoffe, dass meine Behinderung nicht vermittelt wird und niemand kann meine Kunst aus Mitleid. Beschäftigungstherapie, ne, also das ist nicht, also ich reagiere darauf allergisch, das ist wirklich harte Arbeit, also jeder Künstler, der weiß, der sich stundenlang künstlerisch beschäftigt, weiß, dass es sehr, sehr harte Arbeit ist und ja, das hat mit Therapie wenig zu tun. Und das ist nicht aus Gugelhagen. Oh, das ist ja eine schöne Vorstellung. Ach, du hast es so rum gemalt. Ja, ich habe sie von den Haaren. Ja. Hey ho, ist die Fritz Kohler, hey ho, ist die Fritz Kohler, hey ho, ist die Fritz Kohler in die Höhe. Ich bin Anja. Hallo, ich bin Elias. Hallo. Ihr könnt mich einfach Nikolai nennen. Bis zum nächsten Mal. Oh, gut. Gut. Oh, 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 gut. Wenn ich durch einen Raum gehe, faszinieren mich immer die unscheinbaren Dinge. Ich bin Nikolaj. Vom Loch zum Nichts Teil 1 von 4 Grandioses Scheitern Es erscheint eine Wand, die Hand vereint, Hammer mit Nagel aus Stahl in der Fuge deiner Wahl. Zurechtgeruckelt, die Furt langgebuckelt, Der Lehmziegelort auf dem Rücken der Korb. Von Balken und Rohr, gleichsam kaum isoliert, Durch die Nässe hervor wird ein Riss nur serviert. Doch wähl dich empor, nur ein letzter Dritter schält sich hervor, Fitter, ja fitter. Vom Loch zum Nichts Teil 2 von 4 Toxisch Niederwalzen, schnalzend balzen, weil die ja extrem verknallt sind, Viel zu dicht und eng umschlungen, welch lockend Form mit Engelszungen. Liebestanz, Wein und Gesang, es spiegelt sich der Notausgang. Kehrtwende oder Vertrauen, dass wir Glasbehälter klauen? Nein, Pflichtprogramm den auch zu nehmen, sonst wird dich das Duo lähmen. Wirklich ein Land sah's mal aus, und ein Mungo geht nach Haus. Da, schon wieder was aus Glas, Käfig, Box, was ist denn das? Entschieden, Alltagsgegenstand, mit Gegenmitteln eng verwandt, Auf das ich grad mal wieder taff steh, Schale, Tasse und Karaffe. Vom Loch zum Nichts Teil 3 von 4 Illusionskonfus Wait until green light appears, make selection, fight your fears, Repeating procedure indeed, that is really what you need. Weshalb to play insert one quarter? Ach ja, Hälfte nur, wär's simply shorter. Die Music Box schwebt tief im All, gibt einen Satellitenknall. Aufgefächert Potential, im Untergrund ein Lineal, Angebracht um auszusieben, Oben ist ein Loch geblieben, und labelt auf mein Rückenmark, Erhaben, da ich länger park. Vom Loch zum Nichts Teil 4 von 4 Fernes Leuchten Gewirr, stufig und dunkel nur, Wankenden, Schwankenden auf der Spur, Hier juckt's das Gecko reichlich wenig, Ins Gewicht fällt es ja eh nicht. Auf dem Weg zum Gleißend Leuchter, Doch sieh nur hin, sogleich entfleucht er, Und das dann immer an der Wand lang, Dem Wortsinne gebührt hier Dank. Der Weg ist das Ziel, Kobalt-Cyan, Vom Indigo viel, denn dort fängt es an. Es fließen zwei Seiten, hier gerendert, Die Stütze scheint wie ein Gestell, Ein Durcheinander in Gewändern, Zum Himmel wird ein Boden schnell. Eheh, 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 Eheh! Alle Leute, ich flieg mit meiner Rakete Ein Astronaut guckt mir die Erde an und auf die Sterne Gehen die Leute Eisdiele, Schokolade und Vanille essen Oder Erdbeergeschmack oder Schnupfeis Und wenn ich unten bin, ist der Lockdown vorbei Alle Leute sind geimpft, sind alle Leute geimpft Ist die Panik vorbei und dann muss man seine Impfausweis mitbringen Seinen Impfausweis mitbringen Und dann essen die Leute Schokolade und Vanillegeschmack Und dann flieg ich mit meiner Rakete hoch In Astronauten hoch Gucken sich die Erde an und die Sterne Und wenn ich unten gelandet bin, ist die Panik vorbei Impfausweis muss man mitbringen Und dann braucht man sich nicht mehr keinen Corona-Test mehr machen Dann ist die Panik vorbei Alle Leute essen Schokolade oder Erdbeergeschmack Oder mit Vanille in Eisdiele Dann kommt schönes Wetter und dann kommt der Sommer Dann flieg ich mich durch die Ketret in Astronaut Gehen die Leute Eis essen oder schwimmen Oder gehen zum Kino, gehen dann schwimmen und haben Spaß Schokolade und Vanille-Geschmack Und wenn die Fettis sind, legen sie sich hin Und schalten die Sonne und haben Spaß dran Und dann sagen wir, der Lockdown ist vorbei Der Lockdown ist vorbei Die Panani ist bald vorbei, der Lockdown ist vorbei Fliegt ruhig die Rakete durch die Sterne aus dem Welt-Ei Und dann gehen die Leute Schokolade und Vanille-Geschmack in den Eisdiele hin Und dann sag ich, die Panani ist bald vorbei Alle Leute sind geimpft Alle Leute sind geimpft Dann ist die Panani vorbei Keine Corona-Tests mehr mehr Dann gibt's weniger Pflicht Dann ist die Panani vorbei Pflege ich durch die Rakete in Astronaut Und guck mir die Erde an Und wenn ich gelandet bin in der Erde Dann ist die Panani vorbei Gehen die Leute Schokolade und Vanille essen Oder Erbtergeschmack essen Und dann legen die sich auf die Sonne Und sonnen sich die Leute Und dann gehen die schwimmen Oder ins Kino Oder in die Gizko Dann ist die Panani vorbei Fliegt ruhig die Rakete Guckt mir die Sterne an Und dann, wenn ich unten gelandet bin Ist die Panani vorbei Essen die Leute Schokolade und Vanille-Geschmack Oder Erbtergeschmack Erbtergeschmack Durch die Rakete Fliegt ruhig Astronaut Guck ich mir die Sterne an Und dann, wenn ich unten gelandet bin Ist die Panani vorbei Die Welt hat sich verändert Wo vorher geschäftiger Alltag herrschte Sind jetzt nur leere Straßen Wo vorher die Kinder lachten Und heilloses Chaos herrschte Ist nur gähende Leere Und unzufriedende Ungeduldige geblieben Angst hat alle im Griff Sodass vielerorts Die Ordnung Nur bedingt Aufrecht erhalten werden kann Selbst der Rauch Doch bekommt die Farbe von Blut und Verderben Wo du früher zum Beispiel ins Sportstudio gegangen bist Um abzureagieren Sitzt du nun zu Hause vor dem Bildschirm Darum bemüht mit Freunden Online Kontakt zu halten Bevor du am Ende Allein und verlassen Zugrunde gehst Doch egal Wie lange Corona dauert Am Ende wartet für uns alle Das Licht am nächsten Morgen Das ist wiederum schon die ganze Arbeit Das noch mal haben wir was zu sagen Heute haben wir Stunden durch Mal ja Pause zu werden Bis das einfach so Biko Battle Freitag ist Das wäre das Party Ja, ich halte alles Ich habe meinen Stern Den kann ich zurück Habe ich nicht gern Was das Beste Was meine Lage Tu so Während Ferienfragen Das ist der alte Alf Das erste Böckerling Lass uns sehen Weltraum Shuttle für dich Wie bist du Linz? Hallo, wie geht's? Mein Name ist Linz Mein Weltraumfreund Das war nicht der Gewinn Aber dann fällt So hoch wie breit Ich möchte gerne noch singen Aber ich habe keine Zeit Yeah Einstieg sogar I will und der startpreis ist 55 euro 55 euro mit dem wir jetzt beginnen und ich möchte die erste hand sehen die mir sagt 55 euro ist dabei 55 euro gibt es hier links dann gehe ich auf 60 sagt jemand 60 euro 60 euro hier links 60 auf der rechts 65 euro 65 euro ist rechts 70 euro gibt es hier auf meiner linken 70 euro hier links 70 ich will 75 hören hat jemand 75 euro weiter zur linken 80 euro hier rechts von mir 85 euro links 85 euro weitere 90 euro 90 euro 90 euro von der linken 95 euro 95 euro gerade vor mir die dame mit der sonnenbrille 95 euro 100 euro 105 105 euro die dame links 105 110 110 euro vielleicht ist jemand bereit 110 110 euro die dame von links 110 euro 115 euro hier die dame mit der sonnenbrille 120 euro 120 euro ich finde das ganz kouragiert sehr schön 125 euro 125 euro von der dame hier von links 130 höre ich 130 möchte 130 hören 130 euro kriege ich auch wieder von der linken 135 135 euro von rechts kommt ganz gar nichts von mir rechts kommt gar nichts 140 140 euro 140 euro von links links gewinnt auf jeden fall 145 sind auch noch dabei sie dürfen auch gern sagen ja entgebot weil ich habe das gefühl dass sie ganz alleine noch gehen 145 euro 150 jemand es gibt die möglichkeit 150 145 euro zum dritten und ich meine, daher ist es named folgt ministerial ich bin ich bin es ich ab es ich which ich 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.